moin moin leute was geht ab mein name ist bex und ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren runde critical ops beziehungsweise ein paar runden denn die runden gehen es nicht so krass lang eigentlich in diesem spiel deswegen werden wir voraussichtlich mehrere runden zusammen zocken ich habe jetzt die fp6 shotgun mit eingepackt und wie mein kollege schon weg gesnipet wird ich riskiere es zwei mal getroffen und nicht gekillt ja geil jumpshot taufe ich das ganze jetzt mal ich weiß nicht ob das so heißt geil auch nicht schlecht ja mit der fp6 shotgun habe ich nämlich ganz gerne gespielt als ich das anfangs ja schon vorbei auch gut als das anfangs auf dem android handy gespielt habe da fand ich die shotgun eigentlich ganz angenehm hier und gerade auf dieser map vor allem hier plaza ist ganz geil und ja deswegen würde ich sagen bleiben wir einfach mal dabei und ich spiele noch eine runde mit der fp6 ich hoffe das läuft gut weil manchmal ist man ja noch ganz schön angearscht natürlich hier so weiteren distanzen hier vorne deswegen muss ich mal zu sehen dass ich möglichst schnell die gänge reinkomme sonst habe ich ein problem so jetzt gucken wir gleich mal das sind schon die ersten sag mal geht doch glück gehabt okay da hinten kommt einer was ich wurde gemessert so ein assi da hat er mich doch eiskalt weg gemessert ne unglaublich jetzt kommt hier nämlich schon in einen bereich wo ich kaum eine chance habe mit meiner shotgun jo glück gehabt okay komm her nein 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 nachladen wow okay dafür ist der revolver dann natürlich ganz gut geeignet weil mit der shotgun habe ich da absolut gar keine chance ist komplett für den arsch ne so aber leuchtet ganz gut bis jetzt oha da kassieren meine kollegen aber bleibt mal kurz hier okay er regelt was okay nein oh shit der hat jetzt noch gesessen der dritte schuss knappes ding ja 4 zu 2 aber gut das hat der beste aus dem gegnerischen team gerade mal von daher würde ich sagen läufst du noch verhältnismäßig ganz gut bis jetzt oh fuck da ist gleich einer an die ecke gekommen so erstmal den revolver auspacken ah da sind schon welche ich riskiere es scheiß drauf wupsala nicht mit mir da hinten muss noch einer sein oha oha was für ein glück da kommt noch einer wow er hat den jumpshot gemacht auch nicht schlecht ja geht ab aber warum steht ihr hier nur so blöd in unserer base rum vollidiot wir sollen hier nicht rumcampen rein in die gute stube ist relativ ausgeglichen bis jetzt die runde welche schritte boah sehr schön den haben wir auch wow sinnloses nachladen an dieser stelle oh oh okay assistierter abschuss shit erstmal nachladen hier naja ein bisschen schaden habe ich schon genommen jetzt muss ich aufpassen nein ah hätte ich jetzt meine shotgun schon ausgepackt gehabt dann hätte ich ihn wahrscheinlich noch bekommen und die campen hier rum schön in der base aber naja ist ja auch egal ist ja team das match wollen wir uns nicht aufregen das einzige objekt was es zu spielen gibt jetzt sind die gegner oh oh shit ahnt doch nicht wo ich bin aber ich ahne auch wo er ist und hab ihn sehr gut jetzt ballern die wie die gestörten natürlich hier durch mal lauschen naja noch höre ich nix jetzt guck ich mal sehr gut das hat gesessen ja es macht schon spaß das game muss ich echt sagen und das ist komplett kostenlos und das ist nicht pay to win das ist mega geil es ist einfach gut gebalanced und das einzige was man sich kaufen kann sind skins also so kisten damit man skins bekommt das ist wirklich das einzige was man hier kaufen kann und das finde ich sehr löblich für ein kostenloses game habe ich hier gerade schritte gehört ne die waren von meinem kollegen glaube ich ok naja alles klar da ist was da komm shit kein aim oh 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 das war jetzt richtig schlecht oh danke kollege scheiße man was habe ich denn da gerade veranstaltet oh ich bin fast dabei drauf gegangen also wenn mich jetzt jemand noch trifft dann bin ich wahrscheinlich mit einem Schuss down sehr gefährlich oha da ist mein kollege schon tot oh Gott ich habe das Gefühl sie kommen jetzt von allen Seiten ich weiß überhaupt nicht wo ich hinlaufen soll nein aber das ist natürlich echt der Nachteil bei der Shotgun kurzem Moment braucht sie ja bis zum nächsten Schuss und wenn man dann daneben schießt aus der Distanz und der Gegner nicht komplett daneben schießt dann ist es echt vorbei das ist der Nachteil leider in der Geschichte na komm zeig dich du hast meinen Kollegen getötet ok er ist weggelaufen scheinbar da hinten ok der ist tot ach er ist auch tot aber das sieht so aus als wenn er da noch sitzt steht es eigentlich 10 zu 5 ok wow nein aber der war zu schnell ätzend aber ich glaube meine Steuere muss ich echt ein ganz kleines bisschen runter stellen so finde ich kalt hier die Maus ist zu schnell eingestellt so ich probiere es jetzt einfach mal so grob ein bisschen geringer ja dann passieren so eine Verziehaktion wie eben gerade nicht so krass hoffentlich ja nicht konzentriert auf die Minimap geschaut das kommt dabei raus so kann man sich die Statistik natürlich auch versauen sag mal geht doch meine Fresse am Anfang hat es so schön begonnen und jetzt habe ich so oft daneben geähmt wow da habe ich meinen Kollegen aber spontan den Arsch gerettet ne da hinten scheinen die noch rum zu hängen ach warum hat er nicht geschossen so den Messer ich den Messer ich haha sehr geil über den Haufen gemessert aber komisch dass er gerade nicht geschossen hat beim Revolver ich höre Schritte den haben wir auch ok da kommt ah ne hat mein Kollege noch regeln können sehr schön wow da hat mir mein Kollege den Arsch gerettet 15 zu 7 bin Spider geworden ja lässt sich sehen würde ich sagen geil der Server heißt Chrissy ist schwul sehr schön da scheint jemand Chrissy nicht zu mögen ach da sind meine Kollegen ich habe mich schon gewundert ja scheint auch recht voll zu sein der Server ist natürlich cool wo sind die Feinde da hinten da hinten kommt her da ist ja noch rechts einer oder nicht war hier nicht noch einer ne ok hab ich mich geirrt oh das war mein Kollege wow zwei Stück auf einmal ok schöner Anfang 0 zu 1 was solls aber ich lasse mich davon nicht entmutigen ja genau inspiriert von meinem Kollegen da hinten gehe ich links rum vielleicht leuchtet es ja hier ein bisschen anders ich lasse die ganze Zeit rechts unterwegs ja da hinten sind doch schon welche bei Waren besser gesagt ok ohja jetzt sind hier einige von meinen Kollegen oh oh sehr gut der ist weg wow wow da ist noch einer ok der ist auch tot dann renne ich mal schnell in die Ecke hier jetzt bin ich ja doch schon wieder hier gelandet fällt mir gerade mal so auf aber egal ja da draußen kämpfe sie rum die Schweine der war nicht schlecht ist er um die Ecke gejumpt ja 1 zu 2 was ist hier los in dieser Runde hier geht da irgendwie nicht so viel ab da war die erste Runde deutlich besser naja schauen wir mal ich weiß auch gar nicht genau was das Punkte Limit hier ist 50 bin ich mir gar nicht so sicher deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung wann die Runde hier enden wird na komm her zack kurz nachladen das ist mein Kollege ich habe da gerade was gehört wow den habe ich getroffen aber auch nicht umbringen können shit nur noch 22 Gesundheit das ist natürlich nicht gut wow krass den einen habe ich tatsächlich noch getötet das ist ja zu geil das hätte ich jetzt nicht gedacht dass das tatsächlich noch funktioniert wow da bin ich ja hier halbwegs im Geschehen schon gespawnt geht er hier gleich wieder ab wow ist klar ich treffe sie nicht aber sie treffen mich aber gut nur sieben Gesundheit ist jetzt nicht die Welt wow nein damit haben wir jetzt nicht gerechnet ich habe den echt nicht gehört wahrscheinlich weil ich gerade gelabert habe selbst schuld wow wow hey ich oh das hat ich schwöre es euch das war verzögert so wie vorhin als ich mit dem Revolver geschossen habe ich habe abgedrückt fünfmal oder so er hat nicht einmal geschossen er hat den ersten Schuss nicht gesetzt das war jetzt echt ein bisschen dämlich da kann ich nichts für wirklich nicht meine Fresse wow viel zu viele Gegner alter ey was soll ich da machen aber ich wechsle jetzt die Waffe so ich hole mir jetzt die AK nehme ich oder ne ich nehme die M4 mit der habe ich auf dem Handy auch ab und zu gespielt ... ... ... ... ... ... Assistiert nur? Was soll denn der Scheiß? Das wäre meiner gewesen. So ein Dreck. Der hat gesessen. Böses Ding. Ja, der läuft jetzt hier am Hock mit seiner Shotgun. Krasse Scheiße. Ah, da hinten sind sie gleich. Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich. Oh ja. Da haben sie mich doch gesehen. Das wäre meiner gewesen. Oh nö. Leute, was ist das für eine verkackte Runde? Die erste war so schön. Und die ist jetzt hier voll viel Mülleimer. Was soll denn das? Keine Ahnung, woran das liegt. Echt nicht. Ich habe sonst darauf geachtet, ob wir jetzt irgendwie andere Teams, Teamverteilung haben oder was weiß ich. Ob wir andere Gegner bekommen haben. Keine Ahnung. Aber das Punktelimit sehe ich, ist offensichtlich nicht 50, sondern wenn, dann eher 100. Wir sind schon weit über 50. Aber wir führen tatsächlich, obwohl ich so am Verkacken bin hier. Leute, Leute, das ist nicht euer Ernst. Alter, jetzt reicht's. Jetzt packe ich die klassische AK aus und dann werden wir mal sehen, was hier passiert. Na, da renne ich jetzt nicht mit hin. Viel zu viel auf einem Haufen. Oh, so ein Scheiß-Head-Glitcher, Alter. Ja, den hat er sich verdient. Den hat er sich richtig verdient, den Kopfschuss. Wo ich's gerade sag, Head-Glitcher. Und dann In-Your-Head, Alter. Was? Das kruckelt aber auch manchmal ein bisschen das Game, ne? Das ist dann nicht mehr so cool. An meinem Internet liegt's definitiv nicht und an meinem PC auf gar keinen Fall. Die sind beide gut genug. Keine Ahnung, ob die Server schlecht sind. Was daran liegt, dass ich aufnehme. Keine Ahnung. Boah, gerade noch eben gereicht. Boah, den hab ich einfach nur verzogen. Shit. Das war meine Schuld. Oha, ich bin ganz unten. 5 zu 11, ey. Wirklich, das ist ja jetzt das genaue Gegenteil von der ersten Runde. Ja, wir haben trotzdem gewonnen. Was soll's. Aber das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Einen Versuch gebe ich mir noch. Aber erstmal einen Schluck trinken. So. Ganz kleines bisschen noch unterstellen. Und dann drückt mir die Daumen, dass diese Runde jetzt noch was wird. Und nicht wie die letzte Runde, die voll für die Mülltonne war. Ja. Gut. Der Server scheint auf jeden Fall noch ausreichend voll zu sein. Auf den ersten Blick. Das ist nicht euer Ernst. Ach, mit der Shotgun hat er mich... Nee, hat er nicht. Was für ein Scheiß. Das ist schon wieder so ein Ding. Ich jag ihm da ja keine Ahnung wie viele Kugeln rein. Aber ich sterbe. Wie soll's auch anders sein. Und es ruckelt schon wieder zwischendurch immer. Ja. Ich hab genau in dem Moment geguckt, ob's an den FPS liegt. Und habe gesehen, nein, ich habe 60 FPS. Und genau da kommt natürlich der Gegner um die Ecke und tötet mich. Herrlich. So, Entschuldigung. Mein Hals hat gekratzt. Aiming des Todes. Wunderbar. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Keine Ahnung. Das Ding schießt, glaube ich, in Burst. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Schauen wir mal. Aber wir wollen ja weiter positiv denken. Was mir aber nicht gerade leicht fällt hier bei diesen Gegnern. Mann, Mann, Mann. Was ist da los, hä? Ich bin hier auch schon wieder ganz alleine am Arsch. Der Welt gespawnt. Ey, das ist nicht euer... Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich nehme das Ding hier mit. Und schaue, ob es was ändert. Ansonsten, ja. War halt nur die erste Runde schön anzusehen. Und die zweite, naja, wenn man schadenfroh ist, vielleicht noch. Sag mal. Alter, hat das gerade gelaggt. Das meine ich, ey. Jetzt hat man das mal richtig schön gesehen. Was ich meinte. Aber ich habe ihm trotzdem noch ein Handy verpasst. Aber krasse Scheiße, wirklich. Ah, ha. Wenigstens ein bisschen was. So, jetzt habe ich 2 zu 6. Alter, ist das schlecht. 3 zu 6. So, aufholen ist jetzt angesagt. 4 zu 6. 5 zu 6. Das ist mein Rache-Amok-Lauf. Da war er doch. Komm her. Nein, schade. Na gut, 5 zu 7. Jetzt habe ich wenigstens noch ein bisschen aufholen können. Das motiviert natürlich ein wenig. Macht mich ein wenig wach. Ein wenig Adrenalin in meine Adern. Dann pumpt es. Deswegen gucken wir jetzt mal. Vielleicht kann ich das Ruder ja noch rumreißen. So ein bisschen. Wow, da war schon einer. No. Shit. Ja, einen konnte ich wenigstens mitnehmen in den Tod. So, den habe ich auch. Ich schaue mal, ob hier sonst gleich irgendwer um die Ecke kommt. Aber hier sind jetzt irgendwie meine Kollegen alle am Spawnen, habe ich glaube ich das Gefühl. Ja, okay. Dann gucke ich mal eher hier. Wow. Der holt mich. Ich bin tot. Wow, doch nicht. Richtig Glück gehabt. Einfach ein bisschen Prefire gemacht und dann ist er da reingelaufen. Glück gehabt. Aber ich bin echt angehittet. Ich bin sowieso gleich tot. Schönes Aiming. Okay, der ist down. Und die beiden sind ziemlich dumm. Das war ja mal richtig geil. Das war auch nicht schlecht. Da kommt einer. Und ich habe daneben geaimt wie so ein Vollhorse, Alter. Aber geil. 12 zu 9. Jetzt bin ich noch Zweiter, ey. Was für eine Veränderung ist das denn hier jetzt gewesen? From Zero to Hero. Nee. Dem Scheiß kann ich mich nicht identifizieren. Boah, hier geht er schon wieder richtig zur Sache. Alter, von hinten hat er mir noch gegeben. Ey, komm, jetzt können wir aber noch gewinnen, die Runde, wenn wir hier nicht blöd rumkänten. Wie meine vollidioten Kollegen. Die führen nur minimal. Muss ich ein bisschen anstrengen, dann kann das noch was werden hier. So, wo seid ihr jetzt? Wow! Shit! Ich habe gerade noch die Waffe gewechselt. So eine Kacke. Killer Strikerin sagt, ich bin 14. 10. Okay. Siehste, genau das antwortet er. Okay. Oha, das klang irgendwie nach Sniper-Action. Da wird auch schon wieder geschossen. Oh. Da war mein Kollege schneller als ich. Wow! Shit! Oh! Das war nicht gut. Oh, die Runde ist gleich vorbei. Verdammt! Oh, das ist richtig knapp. Shit, ich hätte jetzt nicht sterben dürfen. Nicht, dass das jetzt noch der entscheidende Tod ist. Und du sollst mal ein bisschen vorlaufen. Aber bitte ohne zu sterben. 10 Sekunden noch. Ist hier noch jemand? Nein! Nein, 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 nein! Ja! Oh, komm, habe ich es jetzt wieder gut gemacht? 1! 0! Geil! Wir haben gewonnen! Yeah! Ja, sehr schön auf jeden Fall. Richtig nice. Ich habe es noch rumreißen können, obwohl es mega beschissen angefangen hat. Von daher freut es mich, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich würde sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao! Ciao!